Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Kronbacher. Gute und herzlich willkommen zur Medienrunde, heute anlässlich der offiziellen Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Thorsten Lieberknecht. Erstmal spreche ich wahrscheinlich für uns alle, wenn ich sage, dass wir uns sehr freuen, dass das mal wieder vor Ort klappt. War jetzt eine lange Zeit der digitalen Konferenzen und Zusammenkünfte. Umso schöner ist das jetzt direkt zum Anfang mit Thorsten so geklappt hat. Bevor wir zu euren Fragen kommen, zu meiner rechten sitzt unser Schwarzscher Leiter Carsten Wehlmann, zu meiner linken der neue Cheftrainer Thorsten Lieberknecht. Die beiden würden kurz nochmal erläutern, was die letzten Tage passiert ist und wie es dazu kam, dass wir heute in der Konstellation hier oben sitzen. Carsten, wie ist die Entscheidung gefallen, dass Thorsten der neue Cheftrainer wird? Erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen. Es ist schön, euch alle wieder live sehen zu können, nicht nur im Laptop oder auf irgendwelchen Bildschirmen. Das freut mich sehr, dass wir es hier bekommen haben und hoffe, dass es nicht Usus wird, dass wir vor jeder Saison so eine Pressekonferenz abhalten müssen. Aber da bin ich guten Mutes, dass das nicht passieren wird in der Zukunft. Nachdem klar war, dass wir uns auf Trainersuche begeben mussten, haben wir ein Anforderungsprofil für uns festgelegt. Wir haben auch tiefe, eingehende Analysen im gesamten Team gemacht. Das gehört, wie gesagt, das bin nicht nur ich oder Tom Eilers, sondern auch in unserer Analyseabteilung, weil auch vom Anforderungsprofil es klar war, dass wir den Weg weiterführen wollen, den wir auch eingeschlagen haben. Wie gesagt, da haben wir tiefgehende Analysen betrieben auch und sind dann auch schnell auf den Thorsten gekommen. Wir haben dann auch relativ schnell das erste Gespräch geführt und Thorsten hat uns seine Spielweise erklärt und dargelegt auch. Das sind genau die Punkte, die wir auch für uns festgelegt haben, wo wir den Weg weitergehen wollen. Von daher war das Gespräch sehr, sehr gut. Wir haben uns dann sicherlich noch ein paar Tage mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, aber dann war auch relativ schnell klar, dass Thorsten dann auch der Wunschkandidat ist, den wir dann auch hier in den nächsten Jahren an der Linie am Bölle sehen wollten. Die Entscheidungsgrundlage dahin ging, wie gesagt, das Anforderungsprofil. Es geht darum, die spielerische Idee weiter fortzuführen, einen aktiven Ansatz auch zu haben, sich mit dem Ball und auch gegen den Ball. Und darüber hinaus natürlich auch, und das, was der Thorsten auch in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat, Spieler weiterzuentwickeln, was wir in den letzten Jahren sicherlich auch ganz gut hierhin bekommen haben unter den Trainern, die hier waren. Und von daher war das dann relativ schnell klar. Und dann sind wir froh, dass der Thorsten hier ist. Also von meiner Seite auch herzlich willkommen, Thorsten. Und ich freue mich, oder auch der ganze Verein freut sich, dass wir dann die nächste Zeit erfolgreich zusammenarbeiten. Genau. Von mir dann auch nochmal ganz offiziell herzlich willkommen bei den Lilien, Thorsten. Jetzt hast du die Sicht des Vereins gehört, wie die letzten Tage aufgenommen, vorangegangen sind. Jetzt gerne auch von dir. Wie kam die Entscheidung zustande? Wie beginne ich jetzt erstmal? Ich fange erstmal an und sage auch Gute. Das war das Erste, was mir direkt aufgefallen ist. Und als Pfälzer hat man sich dann trotzdem hier sofort heimisch gefühlt, wenn man Gute hört. Das ist was Schönes gewesen. Als der erste Kontakt da war, ich glaube, ich war noch nie so schnell an einem Arbeitsplatz wie hier. Ich bin mit vollem Enthusiasmus hier dann Richtung Darmstadt gefahren, weil mich das natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt zuletzt in der Drinnenliga war, natürlich wahnsinnig interessiert hat, so einen Verein dann auch übernehmen zu dürfen. Und deswegen habe ich mich ins Auto gesetzt und bin sofort dahin gefahren zum Leidwesen. Ich glaube, die erste Post, die jetzt die Geschäftsstelle von SV Darmstadt bekommt, sind zwei Blitzer unterwegs. Aber alles noch im Rahmen, weil mich das einfach direkt angefixt hatte. Der Klub an sich, weil du natürlich auch die letzten Jahre, die bewegte Geschichte eben halt auch, die der Klub hat, die kennt man, die weiß man und eben halt auch die Situation, dass du in einem sehr ambitionierten, man sieht hier, das Stadion wird umgebaut, neu gebaut, in sehr ambitionierten Zweitligisten übernehmen kannst. Und für mich war wichtig, den Leuten das eben halt auch mit meiner authentischen Art eben halt auch rüberzubringen, dass ich wirklich brenne dafür, hier als Trainer an der Seitenlinie zu stehen. Und habe eben halt auch das mit reingebracht, was mir wichtig war. Das eine ist natürlich ein Teil von mir, dass ich ein authentischer, emotionaler Trainer auch bin, aber der andere Teil, glaube ich, ist mit der wichtigste Teil, ist eben halt auch, was dann da draußen auf dem Platz zu sehen ist. Und da waren wir uns relativ schnell klar, dass wir eine ähnliche Auffassung auch haben. Für mich ist es wichtig, dass ich auf dem aufbaue und weiterbaue, was man hier jetzt auch schon in den letzten Spielzeiten gesehen hat, ohne eine Kopie von irgendjemandem zu sein, weil ich eben halt auch vielleicht in Details die Dinge auch ein bisschen anders sehe, bewerte, wie man gegen den Ball oder mit dem Ball eben halt auch spielen kann, beziehungsweise welche Ideen da in mir schlummern, eben halt auch das Ganze dann ein Stück weit zu verfeinern. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben gerade in dem Fall das macht, dass man diese schnelle Ruhe reinbekommt mit einer klaren Idee eben halt auch weiter zu spielen und nicht alles umzuschülpen. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Deswegen war da auch eine direkte Komponente da, wo wir gesagt haben, und dann eben halt auch die Entscheidung getroffen worden ist vom SV Darmstadt 98, wohl wissend, dass ich mit Sicherheit nicht alleine war, den man hier eben halt auch ausgeguckt hat, dass man sich eben dazu entschieden hat, mir diese Führung zu geben, um jetzt als Trainer von den Linien an der Seitenlinie zu stehen. Deswegen sage ich dafür erstmal Danke und freue mich auf all das, was kommt. Ich habe eben halt auch schon mitbekommen, viele freuen sich. Das ist, glaube ich, ganz normal. Es wäre fatal, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich würde mich nicht freuen. Ich freue mich wirklich tatsächlich, wenn es endlich losgeht und wenn ich vor allem die wichtigsten Akteure eben halt auch direkt kennenlerne im Training, ist die Mannschaft, die Spieler. Und ich kann das definitiv kaum abwarten, bis es losgeht. Jetzt geht es erstmal los mit euren Fragen. Jetzt sind wir zwar wieder vor Ort, aber trotzdem müssen wir noch ein paar Regeln einhalten. Deswegen bitte immer kurz warten, bis das Mikro bei euch ist. Wird danach auch wieder abgeholt, frisch desinfiziert und dann kann der Nächste seine Fragen stellen. Ich habe jetzt schon eine Hand hinten vom Jens, glaube ich, zuerst gesehen. Also Jens Wannemacher vom Darmstädter Echo. Legt gerne los. Je nachdem, wie gut du zu verstehen bist. Ich stehe auch nicht auf und bin durchgeimpft. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, die Kasse hat gesagt, die Spielidee, das ist natürlich sehr pauschal. Es gab hier letztes Jahr im Grunde zwei Spielideen. Der eine war wirklich sehr offensiv, auf Ballbesitz. War schön anzusehen, hat aber hinten raus sehr viele Punkte gebracht. Und nicht die Zahl, die man sich erhofft hat. Dann ging man etwas mehr auf die Defensive. Hinten raus, da wurde es dann richtig erfolgreich. Können Sie Ihre Spielidee mal präzisieren? Ja, letztendlich ist es einfach so, dass du grundsätzlich alle Phasen in einem Spiel abdecken musst. Du musst wissen, wenn du eine Kontersituation hast, dass du eben auch den richtigen Konter fährst. Du musst wissen, wenn du mal tief verteidigen musst, wie du dich dort zu verhalten hast. Du musst wissen, wenn du den Ball hast, auch welche Möglichkeiten hast du eben halt auch in der Ballbesitz-Situation halt auch dir Torchancen zu erspielen. Und du musst wissen halt, wenn der Gegner den Ball hat, wie können wir den eben halt auch mal jagen? Und wie kriegen wir den Ball eben schnell wieder in unsere Reihen rein? Die Grundidee ist schon so, und das haben wir letztendlich halt auch tief eingegangen, dass der Ballbesitz eine große Rolle spielt. Aber der Ballbesitz soll kein Zirkus sein, sondern der Ballbesitz-Fußball, der mir vorschwebt, ist eben einer, der relativ schnell in die Richtung geht, wo man dann hier hoffentlich oftmals auch die Hymne hört, nämlich dort, wo das andere Tor steht. Und da wollen wir halt schnell hinkommen, aber mit einer Idee, die ich jetzt nicht in der Tiefe direkt erklären kann, aber Ballbesitz zielorientiert auf das gegnerische Tor, um Tore zu schießen, das ist meine Idee. Und in der Defensive, ich hatte es ja schon kurz angedeutet, gibt es vielleicht Muster, die ich, was Viererkette angeht, was das Sechserspiel angeht, eben auch da im Detail natürlich erstmal der Mannschaft näher bringen möchte, die ich im Detail ein bisschen anders sehe, wie sich ein Sechser zu verhalten hat oder zwei Sechser zu verhalten haben. Und das ist so jetzt erstmal, die sind die ersten Gedanken, die man als Spielidee jetzt so umschreiben kann. Und dann die zweite Frage, ist hier eine zentrale Achse weggebrochen, mit Dursohn als Stürmer, mit Pahlsohn als zentralen Mittelfeldspieler und Höhn in der Abwehr. Wie haben Sie da eine Vorstellung, wie man die ersetzen kann? Gibt es da schon Namen, die in Ihrem Kopf rumschwirren oder ist das alleine Sache vom Kasten? Also grundsätzlich ist es nicht meine Achse gewesen, das war die Achse eben aus der letzten Saison, sondern es ist ja unsere Achse, die wir verloren haben. Grundsätzlich ist es so, dass wir wissen, dass wir diese Position neu besetzen müssen, wollen und dementsprechend sind wir da schon relativ schnell ins Arbeiten gekommen und schauen nach den Profilen. Aber das Entscheidende ist, dass das immer eine Chance ist für die Jungs, die da sind und die neu dazukommen, eben sich auch da weiter zu entwickeln. Und ich glaube, auch die Historie hat es gezeigt, dass die Linien es immer geschafft haben, solche Abgänge dann auch zu kompensieren. Also für mich ist das jetzt kein Problem, sondern ich denke da wirklich auch eher mal in Lösungen. Und es ist immer eine Chance für andere, wissend, dass eben mit Dursohn, der Torschützenkönig, die Linien verlässt. Aber nochmal, es gibt andere Spieler, es gibt andere Jungs und es sind welche da, die da eben jetzt halt auch hier die Chance bekommen, sich zu präsentieren und zu zeigen. Und dementsprechend ist das ein Zusammenspiel der ganzen Abteilung, dass man geschlossen eben die Spieler findet, wo wir sagen, das passt eben vor allen Dingen zum SV Darmstadt 98. Ich glaube, Charakter spielt eine große Rolle, aber wichtig ist auch, dass wir wissen, die Spielerprofile passen eben in das System, was wir da jetzt draußen eben halt auch spielen wollen. Vielleicht kann ich da noch einhaken. Also um Thorsten zu ergänzen, war ja in der Vergangenheit schon immer so, dass auch Leistungsträger den Verein verlassen haben. Jetzt ist es mit dem Serdar und dem Viktor sind es zwei Spieler. Und Höni, der in der Abwehr gespielt hat, wir haben aber auch schon Spieler verpflichtet, sozusagen auch. Wenn ich jetzt über den Yannick Müller nachdenke, der in der Innenverteidigung schon zweitliche Erfahrungen mitbringt. Und es wird auch immerhin weiterhin der Weg sein bei Darmstadt 98, dass wir nicht unbedingt fertige Spieler kaufen können oder verpflichten können, die ablösefrei sind. Sondern es geht auch darum, und das ist ja auch ein Anforderungsprofil gewesen, auch Spieler dahin zu entwickeln. Das ist ja auch vollkommen klar. Und da machen wir unsere Arbeit und wir müssen die Jungs das als Chance nutzen und auch in die Rolle reinwachsen auch. Das ist auch vollkommen klar. Aber es wird immer so sein im Fußball und das ist nicht nur bei Darmstadt 98 so. Das wissen andere Vereine auch, andere kleinere Vereine, das größere Vereine, vielleicht Spieler, die sich verpflichten, die sie gerne weiter behalten wollen. Aber das ist auch ein Stück weit Teil des Geschäfts. Und letztendlich geht es darum, muss ich dann auch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu kriegen. Ich glaube, dass es in der Vergangenheit immer, oder dass es recht gut geklappt hat, wenn ich mir die Platzierung angucke, nach hinten raus. Jetzt kann man über den Saisonverlauf sicherlich diskutieren, aber wenn man die Endplatzierung anguckt, letztlich war es dann auch immer so, dass wir, was ich schon gesagt hatte, eingangs jedes Jahr hier saßen und jemand ein neues präsidiert hatten, dass das auch Anpassungen braucht. Und das hat letztendlich trotzdem hinten raus funktioniert. Und den Weg werden wir natürlich auch weitergehen. Gut, dann der Nächste in der Reihe war Stefan Köhnlein vom Kicker- und Lilienblock. Michael, dich habe ich aber auch gesehen. Ist er an? Okay, ja, hallo, Herr Lieberknecht, herzlich willkommen in Darmstadt. Ich möchte noch mal bei der Spielidee oder beziehungsweise beim taktischen System einhaken. Ich habe gelesen, irgendwo, Sie bevorzugen 4-2-3-1. Das ist auch das, womit Darmstadt zum Schluss wieder relativ erfolgreich war, nach einigen Experimenten. Ist das korrekt oder ist Ihnen das zu statisch und Sie sind ganz flexibel da? Ja, also grundsätzlich habe ich natürlich, ich habe schon auch eine gewisse Spielerfahrung und natürlich halt auch mit 450 Spielern in der Seitenlinie jetzt leiden dürfen, von dritten bis zur ersten Liga, auch mal wieder zurück dann. Aber letztendlich habe ich, was das angeht, habe ich natürlich eine große, große Erfahrung und habe viele, viele Systeme eben halt auch schon in der Praxis umgesetzt und kennengelernt. Und so, das ist das eine. Aber ich glaube, wichtiger ist wirklich, sprich das immer so, das hört sich immer so abgedroschen an, aber es gibt Prinzipien, die ganz wichtig sind, wie man sich eben auf dem Platz verhalten soll. Und ich glaube, das Zahlenspiel, jetzt, ob das ein 4-2-3-1-4-1-4-1 ist, das spielt da jetzt eher mal für mich eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass du in jedem System halt wissen musst, welche Passwege sind da, welche Ideen sind da, sich den Ball halt wieder zurückzuholen. Das ist das eine. Aber ich habe lange, also ich habe lange vor langer Zeit, da sind wir damals von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen, da haben wir im 4-1-4-1 gespielt und ich bin schon immer ein Fan von dem System. Aber ich glaube, diese Zahlenkombinationen spielen jetzt eher mal eine untergeordnete Rolle, sondern wichtig ist, die Jungs müssen wissen, wenn sie den Ball haben, wollen wir den nicht unbedingt nach vorne jagen, aber auch das kann mal ein Mittel sein, sondern wichtig ist, dass sie da drüber Bescheid wissen. Ich habe in allen Systemen meine guten Erfahrungen gemacht, aber ich weiß, und das ist auch wichtig, dass du halt auch weißt, wo sind die Schwachpunkte von deinem System, was du spielen lässt. Also das ist mir halt auch wichtig, dass man das im Hinterkopf immer hat. Gab es denn schon Kontakt mit ersten Spielern? Ich glaube, zwei Spieler im Kader kennen Sie auch, den Philipp Tietz und den Fabian Schnellhardt, oder gibt es noch mehr Spieler? Und haben Sie zu anderen Spielern schon Kontakt gehabt? Jetzt, also aus der Vergangenheit meinen Sie? Ja, erst aus der Vergangenheit, aber gab es auch jetzt schon, haben Sie schon den einen oder anderen angerufen, keine Ahnung, Fabi Holland, oder sagen Sie, der soll erstmal Urlaub machen? Nein, ich musste jetzt erstmal, ja genau, wir sollen mal Urlaub machen. Und für mich war es jetzt erstmal wichtig, dass wir hier alles mal gesettelt hier hinbekommen. Und ich finde es super angenehm, wie ruhig ich hier ankommen durfte auch. Auf der anderen Seite, ja, Sie haben es angesprochen, der Fabi Schnellhardt kenne ich eben aus der Duisburger Zeit. Der Philipp Tietz ist so eine, ja, soll ich sagen, ist so eine Entdeckung. Er war Nachbarskind damals von uns, also wir haben nebeneinander gewohnt, da habe ich öfters mal mit ihm auf der Straße gekickt. Und habe ihm dann letztendlich halt auch mit anderen Leuten zusammen. Das ist immer auch eine Teamleistung. Es gibt Jugendtrainer, die die Jungs fördern. Es gibt dann halt Leute, die den Mut haben, Jugendspieler dann reinzuschmeißen. Es ist meistens dann das Ende von der Nahrungskette. Es ist dann der Profitrainer, der sich dann feiern lassen darf dafür, dass er einen Jugendspieler nach oben bringt. Aber es gibt viele andere, die eben halt auch dafür sorgen. Deswegen ist mir das halt auch wichtig, den Nachwuchs halt auch diese Wertschätzung zu geben. Und Philipp ist einer davon, hat dann die ersten Schritte gemacht im Profibereich. Braid Manu ist auch jemand, der damals in Braunschweig so diese ersten Steps Richtung Profis machen durfte, der dann aber letztendlich halt auch für ihn gut einen anderen Weg eingeschlagen ist und dann halt mal hier nach Darmstadt gekommen ist. Und alle anderen kenne ich, also aus direkten Duellen und auch mal mit Fights an der Seitenlinie. Wenn du natürlich Gästertrainer bist, dann schmeckt der auch nicht, der Spieler dann. Aber ich glaube, es war dann immer so, dass wir danach Handshake gemacht haben und dann war das wieder in Ordnung. Was haben Sie denn jetzt im letzten guten halben Jahr gemacht, nachdem das Engagement in Duisburg zu Ende gegangen ist? Wie haben Sie die Zeit verbracht? Ich habe mich reflektiert. Das sagen viele Trainer, Sie haben sich reflektiert. Habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe natürlich versucht, alles mal aufzuarbeiten. Die Zeit war da. Habe mich auch dementsprechend neu strukturiert. Habe viele Fortbildungen via Internet der BDFL besuchen dürfen und habe mich in den letzten Wochen mit der Arbeitsagentur rumgeschlagen. Deswegen ist es schöner, hier bei Darmstadt zu sein, als mit der Arbeitsagentur permanent im Austausch zu stehen. Das habe ich gemacht und mich um meine Familie gekümmert. Drei Kinder, Frau, die brauchen natürlich auch ihre Hilfe. Werden Sie denn nach Darmstadt ziehen? Oder werden Sie in der Pfalz bleiben, wo Sie herkommen? Oder wie sieht da Ihre Lebensplanung aus? Und Sie haben ja auch mit der Familie, glaube ich, in der Nähe von Duisburg gewohnt, in Ratingen. Und wie sieht da Ihre Planung aus im Moment? Planen Sie schon für die nächsten zehn Jahre in Darmstadt, so wie in Braunschweig? Ich hätte nichts dagegen. Um da jetzt mal konkret darauf zu antworten, ich sehe den SV Darmstadt 98 nicht als Sprungbrett für irgendwas, sondern für mich ist es wichtig, so lange wie möglich, und das ist eine Haltung, die ich habe, das ist meine Wertevorstellung, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, diese Verträge von meiner Seite immer zu erfüllen und dementsprechend halt auch, so lange wie möglich es geht, eben erfolgreich in einem Verein zu sein. Wenn es über diese lange Zeit gehen würde, wäre das fantastisch, weil da wissen wir höchstwahrscheinlich, dass es erfolgreich war. Auf der anderen Seite ist es so, ich bin jetzt direkt erstmal hier hingekommen und die Familie wird dann, wenn es geht, irgendwann nachkommen. Aber in der Pfalz habe ich schon länger nicht mehr gelebt. Das war ja Niedersachsen, dann Nordrhein-Westfalen. Jetzt lernen wir Hessen kennen. Und die letzte Frage, es gibt eine Geschichte, dass Sie vor dem, glaube ich, letzten Braunschweiger Gastspiel hier Ihren Scout angewiesen haben, dass er auch Atmosphäre aufgreifen soll, nicht nur vom Spiel, sondern auch im Stadion und dass Sie ihm deswegen das Lied Die Sonne scheint vorgesungen haben. Ist das richtig, diese Geschichte? Ja, nein, ganz ehrlich, ich habe ja so eine romantische Ader, muss man auch sagen, trotzdem bin ich auch zukunftsorientiert, aber wenn man sich eben halt auch mit solchen Dingen beschäftigt, und für mich gehört das dazu, also man macht hochwissenschaftliche Analysen, aber manchmal ist das das Salz und das Suppe. Und wenn man sich dann halt ertappt als Gästetrainer, dass man halt die Hymne dann halt auch mitsummt und innerlich mitsingt, dann weiß man, dass einem das Lied gefällt. Also von daher, ich hoffe es, es wird oft gespielt, weil ich weiß, es wird meistens eingespielt, wenn halt Tore fallen. Und von daher hoffe ich, dass es oft gespielt wird. Ich bin tatsächlich ein Fan von der Darmstadt-Hymne, ja. Gut, dann der Nächste ist Michael Maxen, Hitradio FFH, danach dann Alex, bist du dran. Ja, guten Tag, Herr Lieberknecht. Eben wurde schon so ein bisschen angedeutet, Sie haben schon mal gesagt, wie Sie aus der Entfernung die Lilien gesehen haben, in der Pressemitteilung stand, dass Sie sich zu 100% mit dem Weg auf und neben dem Platz der Darmstädter identifizieren können. Können Sie das nochmal beschreiben, konkretisieren, was Sie damit meinen, bitte? Ja, auf dem Platz einfach die Tatsache, dass man sich als Verein erstmal daran orientiert, dass man eine Idee hat, wie man den Fußball eben für Darmstadt 98 attraktiv gestalten möchte. So, das ist eine. Am attraktivsten sind natürlich immer Punkte, zu holen und Siege einzufahren. Das ist erstmal das eine. Das andere ist außerhalb. Also ich empfinde, und habe das immer so empfunden, das ist die Tradition, es ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, dass du hier eine Nähe aufbaust, eine Identifikation aufbaust, zu den Leuten, zu den Fans, zu der Stadt Darmstadt und dass du dort halt auch dich nahe zeigen sollst und kein Trainer bist, der nicht anfassbar ist. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Komponente, zu wissen, dass du den SV Darmstadt 98 nicht nur sportlich repräsentierst, sondern eben halt auch neben dem Platz und da spielt neben den Ambitionen, die man hat. Und Fakt ist, du bist ja kein kleiner Verein mehr. Du hast ja schon auch hier in den letzten Jahren auch einen Erstliga-Aufstieg, war es zwei Jahre in der Erste Liga. Also bist du dann auch jetzt etablierter, zweitligist. Du hast schon auch eine gewisse Größe. Aber trotzdem, glaube ich, ist es so, dass du den Club auch außerhalb des Platzes repräsentierst mit Bodenständigkeit, mit Nähe, was eben halt auch dann Fans und Anhänger von einem Verein eben halt auch verdienen, dass du das hast. Und das ist, glaube ich, das, was ich definitiv schon immer mitbringe, dass ich halt dort diese hundertprozentige Identifikation, ich sauge einen Club direkt auf, ich sauge eine Stadt direkt auf, ich sauge Fans direkt auf, Schwingungen. Das ist mir halt total wichtig, weil nur so habe ich eben halt auch immer Energie und Brenn halt auch dann für die Sache. Jetzt haben Sie die Tradition schon angesprochen. Sie waren jetzt Trainer bei zwei Traditionsvereinen, jetzt wieder. Jetzt kommt in der Zweitligasaison mit unglaublich vielen Traditionsvereinen auf Sie zu. Mit dem HSV, Schalke, Bremen, Fortuna, Düsseldorf. Überwiegt da bei Ihnen die reine Vorfreude auf diese Spiele oder auch so ein bisschen der Respekt, dass das ja eine verdammt gute Liga wird nächstes Jahr? Ich freue mich wirklich darauf, meine Mannschaft kennenzulernen, den Fokus auf Darmstadt 98 zu legen. Das ist so das, was bei mir so momentan halt gerade stattfindet im Bauch. Und das andere ist die Tatsache, klar, das ist eine Herausforderung, diese Liga, aber umso schöner ist es eben halt auch, die Großen in dieser Liga dann halt auch, die ganz Großen halt auch dann hinter sich zu lassen. Aber lasst uns einfach mal beginnen, lasst uns die Saison mal beginnen und dann schauen wir, wie sich das Ganze dann halt auch entwickelt. Aber ich weiß nicht, welche Kickertabelle man von den 70er, 80er Jahren rausholen muss. Ich glaube, dann hat man die heutige zweite Liga. Dann jetzt Alex Bohnengel von Sky. Ja, hallo erstmal. Thorsten, Sie entstammen ja einer Spielergeneration, aus der sehr viele Trainer hervorgegangen sind in Mainz 05 mit Jürgen Klopp, Sandro Schwarz, Marco Rose. Sie gehören auch dazu und die Gemeinsamkeit ist, dass Sie alle unter Wolfgang Frank gearbeitet haben. Was haben Sie mitgenommen von Wolfgang Frank? Inwieweit hat er Sie geprägt für Ihre Trainerlaufbahn? Und gibt es noch andere Faktoren, die Sie als Trainer geprägt haben in all den Jahren? Naja, ich habe ja als Spieler viele Trainer erleben dürfen und von jedem Trainer nimmst du was mit. Wolfgang Frank war natürlich eine sehr prägende Person für Mainz 05 und dann auch eben für die Generation, die damals unter ihm trainieren durften. Wenn man an Wolfgang Frank denkt, hat man immer die Tatsache, dass es auch um Spielsystem und mit denen geht, aber die herausragendste Eigenschaft, die Wolfgang hatte, war einfach die Tatsache, dass er eine Mannschaft so führte wie eine Familie und das ist auch immer mein Anliegen. Ich möchte immer halt auch eine Mannschaft haben, wo du das Gefühl hast, da ist wirklich eine große Familie zusammen, die trotzdem halt auch Profisport betreibt und das hat der Wolfgang perfekt gemacht. Er hat jeden Spieler menschlich, persönlich sehr respektiert, ob das die Nummer 1 war oder eben halt die Nummer 25 im Kader, der wenig gespielt hatte. Jeder hatte das Gefühl gehabt, wertschätzend bei ihm eben halt auch eine Rolle zu spielen und das ist das, was mich halt wirklich sehr geprägt hat auch und was er extrem gut vermitteln konnte und trotzdem gibt es auch viele andere Trainer, Karl-Heinz Feldkamp in Kaiserslautern, in Uli Stielige bei Waldhof Mannheim, zig Trainer bei Mainz 05, dann trotzdem auch von jedem konntest du was mitnehmen. In den Jugendnationalmannschaften, U21-Nationalmannschaften gab es auch Trainer, die dann immer halt auch behaftet oder haften geblieben sind in deinem Kopf, welche Ideen der hatte und der hatte. Aber oft war es so, die Trainer, die es geschafft haben, wirklich eine Einheit zu bilden, die Trainer, die es geschafft haben, eine hohe Identifikation aufzubauen, die waren meistens die, die am erfolgreichsten waren und das hat mich geprägt. Ja, hallo. Sie haben eben gerade gesagt, Sie hätten sich reflektiert ein bisschen in den letzten halben Jahren mit so einem Schmunzeln. Heißt das, Sie sitzen jetzt 90 Minuten ruhig auf der Bank künftig und haben sich da komplett verändert oder auf was kann sich Ihre Mannschaft so einstellen als Sie als Trainer? Die erste Rede, wird das total enthusiastisch, so wie Sie jetzt ja auch hier rüberkommen oder was ist da, hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, was Sie auch anders machen wollen ein bisschen als vorne? Ich glaube an der Linie will ich mich nicht großartig und will ich mich großartig verändern, wobei ich auch sagen muss, ich bin dreimal auf die Tribüne geschmissen worden und immer freigesprochen worden. Das wird ja nie kommuniziert dann, dass ich immer freigesprochen worden bin, aber ich bin immer zu Unrecht auf die Tribüne geflogen. Schreiben Sie das bitte dick. Nein, ich bin grundsätzlich erstmal authentisch, ich bin jemand, der für seine Mannschaft durchs Feuer geht, der seine Spieler unterstützt, der aber auch Spieler, wo ich das Gefühl habe, die müssen permanent angeschoben werden, dann halt auch eine andere Art an den Tag legen kann. Wichtig ist, wir haben ein Ziel vor Augen und das erste Ziel, was es ist, wir sind Profisportler und dementsprechend müssen wir uns halt auch präsentieren, müssen die Spieler das mitgehen. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der für seinen Klub, für den er arbeitet und für seine Mannschaft eben halt auch durchs Feuer geht und auch den Kopf dann auch in vielen Situationen hinhält. Aber das ist eben halt auch ein Teil meiner Führung, das ist das eine. Und das andere ist, es geht um Struktur und so weiter und so fort. Ein Laptop war bei mir oftmals ein und aus, mehr konnte ich nicht, da habe ich mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also von daher habe ich mich auch da reflektiert. Dann vielleicht nur ein zum Organisatorischen. Bleibt der alte Plan bestehen oder also wann geht es jetzt wirklich genau los und wie gibt es da irgendwas Neues, wird da was geändert oder bleibt das alles so, wie es ursprünglich mal geplant wird? Der Plan bleibt erstmal, also bleibt alles so weit bestehen, was den Trainingsauftakt angeht, dass wir vorher die PCR-Testung machen und dann auch am 19. das erstmal auf den Platz gehen und vorher unsere Testungen absolvieren werden. Also der Plan steht erstmal und wir haben ja schon ein paar Testspiele abgemacht gehabt auch und wir werden jetzt schauen, dass wir das gegebenenfalls anpassen, aber grundsätzlich steht der grobe Plan so wie bisher. Dann war Peter Mufarech von der Bild-Zeitung der nächste. Willkommen zurück im Rhein-Main-Gebiet ist eine lange Zeit gewesen und ich möchte auch mal auf deine Vita eingehen ich finde dich wie gesagt noch als Main-Spieler ganz lange du warst du warst dann zehn Jahre Trainer am Stück nach einem kurzen Jugend Einstieg beeintragt das wird dann nochmal zwei Jahre in Duisburg das ist ja eine sehr ungewöhnliche Vita für Trainer die meisten haben hier eine Station da eine Station wenn du jetzt so zurückguckst auf diese zwölf Jahre hast du selber damit gerechnet dass das so kommt und wo waren so deine vielleicht die größten Fehler die du gemacht hast die du jetzt hier besser machen wirst Also ich finde erstmal die ersten Steps die ich gemacht habe die waren im Jugendbereich und die waren zwar kurz aber die waren trotzdem sehr intensiv und das war mir auch wichtig dass ich diesen Einstieg dort finde und dann kommst du halt dann in Situationen rein wie viele Trainer dann bist dann für den Verein vielleicht der falsche Zeitpunkt weil es meistens drunter und drüber geht aber für dich bist du dann zu diesem Zeitpunkt am richtigen Ort so und dann schauen sich die Verantwortlichen manchmal um und gucken und dann kommt neben dem mach du das mal jetzt die drei Spiele und so bin ich dann eben hier wohl wissend dass ich ganz ganz großes Interesse eben auch hatte Trainer zu werden bin ich dann halt Profitrainer geworden in Braunschweig und das konnte natürlich nicht absehen wie sich das entwickelt weil Braunschweig stand jetzt auch nicht unbedingt dafür dass Kontinuität an der Tagesordnung war an der Tagesordnung war sondern das war auch eher eine Fire and Hire Situation und das war mir dann halt mit den Verantwortlichen mit den Teammitgliedern eben halt auch wichtig dass du dass das eben halt auch zur Vergangenheit angehört aber dazu gehört halt auch gehört dazu dass du erfolgreich bist und das war neuneinhalb Jahre war das denke ich sehr sehr erfolgreich und dann hast du ein halbes Jahr eben gehabt wir hatten uns gestern Carsten und ich mal kurz über diese Saison da unterhalten wo bis zum zweitletzten Spieltag acht Mannschaften hätten noch eben halt auch absteigen können und da hat es dich getroffen und auch da gibt es natürlich Momente wo man auch da dann wirklich auch reflektiert sich mit den Verantwortlichen auseinandersetzt mit sich selbst auseinandersetzt und sagt okay was war was war jetzt wirklich tatsächlich der Grund aber ich glaube nicht dass der Grund war diese lange Zeit sondern dass man halt auch dort als Trainer zum Beispiel in der Halbserie habe ich aber auch schon einmal angedeutet vielleicht auch dort nicht die richtige Mischung gefunden habe dann wirklich halt auch zu sagen wie beenden wir hier jetzt sportlich die Situation und dann kommen aber ich glaube bei einem Abstieg kommen viele Facetten dazu die eine Rolle spielen da gehören glaube ich nicht nur die Hauptperson Trainer sondern es gibt eben die Akteure auf dem Platz und es gibt viele drumherum warum es dann auf einmal vielleicht nach unten geht aber ich weiß dass ich auch da meinen Teil meine Verantwortung auch habe und wichtig ist es halt auch dass man dazu steht dass man halt auch seine Fehler erkennt dann kam eben die Situation Duisburg ich war für mich so dass ich gesagt habe okay das ist wir übernehmen die Tabellen jetzt eine Zwei-Liga aber trotzdem war das jetzt nicht erstmal der Moment sondern der Klub an sich hat mich total interessiert auch dort viele Fans die lächsten danach eben halt auch mal wieder andere Seiten zu sehen und dann muss ich halt sagen war es halt so dass wir super gestartet sind das war das erste Spiel in Köln gegen Markus Anfang da haben wir gewonnen und letztendlich gibt es dann halt auch Thematiken wo ein Trainer mitbeteiligt ist aber wo halt auch das große Ganze war ich hatte gemerkt dass der Feuerwehrmann vielleicht gar nicht so mein Job ist obwohl ich damals Eintracht Braunschweig halt auch drei Spieltage vor Schluss eben auch übernommen habe ich bin mir sicher ich kann das wird das vielleicht aber anders angehen wenn ich in die Situation reinkomme was ich dann für mich dann halt auch reflektieren sagen konnte war die Zeit danach und ich für mich war klar selbst wenn der Worst Case da in Duisburg eintreten sollte dass für mich klar ist ich stehe halt dann auch für Neuaufbau zur Verfügung ich bin keiner der dann sagt nee das mache ich nicht mit und das war die Intention den Klub dann halt auch wieder zurückzuführen in die zweite Liga und da habe ich halt auch gemerkt Neuaufbau und solche Sachen die das ist mein Steckenpferd und das hat dann glaube ich der MSV auch in diesem ersten Jahr dritten Liga dann schon halt auch gemerkt wir waren lange lange Zeit Erster und ja haben es dann es gibt Corona ja aber es gibt halt auch viele andere Dinge die eine Rolle spielen warum du es dann nicht geschafft hast ich wollte aber in diesen drei Jahren das auf jeden Fall durchziehen aber dann hat man halt von Zeiten des MSV eine andere Meinung Idee gehabt und hat sich dann eben getrennt und freigestellt so und dann bist du auch raus und dann überlegst du trotzdem was war da aber ich glaube das eine ist das und man muss wissen du hast es gibt Dellen ja aber wenn du so lange Trainer bist ich könnte vielleicht den einen oder anderen eben halt auch mal aufzählen aber es gibt viele Trainer die auch mal eine Teller hatten aber das treibt mich umso mehr an eben wieder das zu zeigen was ich glaube ich halt auch viele Jahre gezeigt habe nämlich dass ich meistens im Verein eben halt auch Richtung Aufstiegskampf führen konnte aber ein Aufbau ein Neuaufbau und hier ist ja jetzt gerade eine ähnliche Situation das ist halt was wo ich merke da ja das ist ein Steckenpferd von mir Drama mit Braunschweig habt ihr glaube ich kurz vor Schluss wart ihr schon aufgestiegen dann verlierst du 6-0 in Woh-Paderborn oder Bielefeld und völlig überraschend dieser Abstieg mit Braunschweig kam überraschend hast du ja gerade selbst erklärt und mit Duisburg war auch so ein Ding das sind ja auch alles Rückschläge die man erstmal verarbeiten muss wie hast du das denn emotional aufgearbeitet oder bist du so ein Typ der dann irgendwann sagt so jetzt habe ich getrauert und jetzt schruten jetzt packen wir das nächste an naja ich glaube in Braunschweig hat es jeder gesehen dass ich da getrauert habe aber wenn du 10 Jahre bist ich glaube das kann jeder nachvollziehen wenn du dich einer Sache komplett verschreibst und man ein emotionaler Typ ist hat das glaube ich jeder gesehen dass ich da sehr gelitten habe aber nochmal es gibt dann halt auch die Situation du bist auch selbstbewusst genug du hast die Überzeugung und dieses Selbstbewusstsein das habe ich das ist bei mir auch ausgeprägt aber gesund ausgeprägt ja und das auch mit der Unterstützung der Familie das ist halt auch ganz wichtig kommst du eben halt auch wieder ins Arbeiten ins Tun und ich bin jetzt keiner der mutlos durch die Gegend geht sondern schon halt auch weiß zu wissen wie es heißt und was es bedeutet eben halt auch wirklich auch mal nach vorne zu schauen und die Dinge dann abzuhaken die da waren und deswegen bin ich wirklich froh hier jetzt diese komplette Energie Leidenschaft das was mich eben halt auch außerhalb auszeichnet hier voll rein zu bringen ok letzte Frage an beide ich weiß nicht ob das schon kommuniziert wurde dein Trainerteam wird wie aussehen ja es ist so wie sich das Torsten erstmal hier ist und was die Co-Trainer Thematik angeht sind wir da auch noch am sprechen da kann Torsten sicherlich auch noch was zu sagen auch letztendlich sind wir aber vom Staff so wie wir hier aufgestellt sind schon mal gut aufgestellt aber es wird sicherlich noch auf der Position was passieren aber da kann Torsten glaube ich auch eine Erklärung zu abgeben ja also grundsätzlich ist das so man hat lange Jahre jemanden an seiner Seite gehabt das war bei mir der Darius Scholle mit dem ich eine extrem freundschaftliche Basis auch habe und klar war für mich halt auch dass wenn ich hier hingehe und einen neuen Verein annehme weil man ja weil man eben halt vorher eine Situation hatte wenn der wenn der vor allem sein Co-Trainer genommen wird für mich war aber klar dass bei der nächsten Station spielt der Scholle auch eine Rolle wir haben uns aber lange unterhalten haben festgestellt dass wir beide erstmal und er auch ja vielleicht mal einen anderen Input suchen so sagt er das so schön und deswegen sind wir jetzt hier und er ist insbesondere jetzt erstmal am filtern wie sieht die Lage jetzt hier auch ich muss die Menschen hier auch mal kennenlernen Carsten hat es auch gesagt das ist muss ich wirklich sagen das ist auch wirklich sehr gut aufgestellt personell und trotzdem werde ich jetzt in den nächsten Tagen halt auch mit dem einen oder anderen mal sprechen ganz in Ruhe wo ich mir vorstellen kann okay das ist jetzt mein neuer Mann an der Seite und vielleicht halt jemand der jetzt gar nicht mit mir direkt verbunden wird egal ob das jetzt ein Ex-Spieler oder irgendwas war sondern vielleicht halt was was ganz externes was Neues aber da versuche ich jetzt erstmal das Ganze mit Ruhe zu bringen ja das ist die Erklärung dann hatte Janina Pumis vom Griesheimer Anzeiger die Hand nach oben ich möchte auch noch mal auf die Mannschaft zurückkommen beziehungsweise den Kader werden sie denn auch versuchen den jungen Spielern Einsatzchancen zu geben beziehungsweise wie ist denn auch ihre generelle Einstellung zu jungen Talenten im Profifußball vielleicht auch im Hinblick auf die Spiele Hamburg, Schalke die großen Spiele da schmeiße ich die direkt rein besser geht es nicht dann träge die ersten zwei Spiele Hamburg, Schalke Bremen dann schmeiße ich die nein ich bin ein Förderer von jungen Spielern wenn sie das befolgen was ich eben halt auch möchte das ist eben die Tatsache dass sie wissen sie bekommen eine Chance im Profibereich mit zu trainieren sich zu präsentieren ich mag das Wort demütig nicht aber ich weiß nicht welches anderes Wort ich jetzt nehmen kann die demütig eben dann trotzdem an die Sache drangehen und wenn da eben halt auch die Qualität da ist dann bin ich ein großer Förderer von jungen Spielern aber Leistung spielt da eben halt auch eine Rolle aber ich schäue mich da jetzt nicht davor den jungen Spielern diese Möglichkeit zu geben und nochmal auch da geht es ja erstmal darum den ganzen Klub auch kennenzulernen die Verantwortlichen auch das NHZ kennenzulernen und da Gemeinsamkeiten eben halt auch zu finden und ja zum Kader der wird wir werden mit Sicherheit einen Kader hier vorfinden der der Darmstadt 98 sehr ordentlich präsentieren wird ich glaube dazu anfügend haben wir ja auch schon in den vergangenen Jahren angefangen die Jungs Stück für Stück zu fördern wir haben jetzt auch noch mehr Sachen in die Wege geleitet um die Jungs noch intensiver also die Jugendspieler aus dem eigenen Verein zu fördern mit dem Ziel natürlich dass sie irgendwann hier in Bölle auflaufen der Thorsten hat es gesagt letztendlich nur weil man jung ist aus dem eigenen Verein kommt ist es kein Freifahrtschein sondern es ist letztendlich auch Profisport da zählt die Leistung auch aber wenn Thorsten sich vielleicht noch ein paar Umzüge macht und ein paar Jungs sich als Nachbarn hat dann kommt vielleicht noch ein paar mehr dazu in der Vergangenheit ist er nicht so oft umgezogen aber Spaß beiseite letztendlich geht es darum auch natürlich wollen wir unsere Jungs fördern auch letztendlich ist es auch Profisport dass sie da herangeführt werden auch und dann natürlich auch die Leistung bringen müssen gut sonst noch Handmeldung offene Fragen Alex Westhoff von der FAZ hat noch einen vielleicht kurz und kurz und bündig Saisonziel Platz 5 und 7 stehen zu Buche wollen Sie sich da einsortieren wollen Sie sich daran messen lassen und sagen das ist unser unser Anspruch also grundsätzlich glaube ich ist es sehr früh eine Zielsetzung konkret auszugeben ambitioniert zu bleiben ist gut einstiegiger Tabellenplatz ist auch gut der einzige Tabellenplatz der wirklich total beknackt ist als einstiegiger Tabellenplatz ist Platz 4 der ist nicht anstrebenswert finde ich ansonsten ja nicht kleiner machen als man ist ambitioniert bleiben und einstiegiger Tabellenplatz ist denke ich eine gute Sache auch da muss man natürlich gucken wir sind jetzt noch in der Kaderplanung wie sieht der Kader aus wir wissen wie die Liga aussieht die letzten Tabellenpositionierungen waren ganz gut böse Zungen würden jetzt sagen es ist eine absteigende Tendenz von Platz 5 zu Platz 7 aber ich glaube wenn man die vergangenen Jahre sieht sind das dann sehr gute Platzierungen auch für Darmstadt 98 gewesen Alex Bohnengel nochmal Carsten eine Frage an Sie wir haben jetzt viel von Thorsten Lieberknecht gehört seine Herangehensweise auch wirkt ja im Trainergeschäft heute oder generell in diesem Fußballgeschäft schon fast wie eine aussterbende Art dass da einer hinkommt und sagt ich identifiziere mich mit dem Verein mit der Stadt mit den Leuten und so weiter haben Sie den jetzt auch also erste Frage haben Sie jetzt auch die Gewissheit haben Sie jetzt zumindest mal das Gefühl das kann wirklich kontinuierliche langfristige Geschichte werden oder glauben Sie das Geschäft heutzutage lässt sowas nicht zu viel weiter als über ein Jahr hinaus zu denken Nein das ist ja auch genau das Ziel was wir verfolgt haben was wir auch sicherlich in der Vergangenheit verfolgt haben aber Sie haben es ja auch genau gesagt Thorsten steht ja auch für Kontinuität er hat selber auch gesagt ob es jetzt in Braunschweig ist natürlich das beste Beispiel mit zehn Jahren auch in Duisburg hat er seine Arbeit weiter fortgeführt und das ist natürlich das was wir uns erhoffen auch und das habe ich in den Gesprächen oder haben wir in den Gesprächen auch ganz schnell gemerkt dass der Thorsten auch dafür steht und auch die Leidenschaft die er mitbringt die ja auch Werte sozusagen auch das verkörpert wir wissen alle wir sind im Fußball aber letztendlich gehe ich davon aus dass wir das dann auch hinbekommen dass wir nicht nächstes Jahr wieder eine Pressekonferenz hier haben in Bezug auf den Trainer sondern bin davon überzeugt dass wir da auch erfolgreich zusammenarbeiten können deswegen war das natürlich auch ein Punkt wo sich der mit in den Gesprächen beziehungsweise dem Auswahlprozess natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt hat für uns dann glaube ich dass jetzt alle Fragen beantwortet sind vielen Dank für euer Kommen für eure Fragen und wir hoffen natürlich dass es jetzt keine einmalige Sache war und wir uns bald wieder über Zoom sehen müssen sondern dass das so bleibt und wir bei der Face-to-Face Durchführung bleiben können ansonsten sehen wir uns spätestens zur ersten Vorspieltags-PK wieder aber ich denke da gibt es vorher noch zwei, drei andere Termine Dankeschön Das war's mit dem Neuesten von den Linien präsentiert von Kronbacher Das war's mit dem